Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Für dich ein kleiner Schritt, für mich ein ganz großer und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, auch wenn es hier nach sehr viel großer Veränderung aussieht, werden wir natürlich schauen, was der Tag für dich bereithält. Es geht los mit der Weisheit. Neues und altes Wissen durchdringen mein Sein. Das ist natürlich schön zu erkennen, denn heute wird dir sehr viel Wissen angeeignet. Also du wirst auch sehr viel Wissen zeigen dürfen. Es geht hier nämlich in einen großen Erfolgsweg, auf den du schon so lange gewartet hast. Denn es lag schon immer so eine emotionale Entscheidung. Ja, nochmal Kopf gegen Herz heute. Ganz stark wegweisend auch für dich. Die Weisheit für die Entscheidung wirst du heute aber aus der Emotion treffen können, weil du gelernt hast, dass du letztes Mal im Kopf entschieden hast. Das wird eine wiederholende Frage sein, die du dir heute stellen wirst. Und du spürst auch, dass deine Emotionen dich genau zu dieser Frage wieder hingeführt haben. Deine Lernthematik aktiviert sich also. Somit ist hier so ein bisschen diese Wiederholungsmuster mit dabei. Aber dieses Mal entscheidest du dich eben für dich, durch deine Weisheit, durch dein Wissen, was du dir ja in Anführungszeichen mal antrainiert hast und kannst somit auch eine ganz weite und lange Lernaufgabe in deinem Leben abschließen, nämlich für dich selbst einzustehen und für dich auch ja den Erfolg sehen zu wollen. Ja, vielleicht ist es bei dir ab und zu so, dass du dir nicht ganz zutraust den Erfolg. Aber Erfolg steht für dich heute ja nicht materiell an erster Stelle, sondern auch bewusstseinstechnisch an erster Stelle. Ganz wichtig ist, dass deine Emotionen heute hier auch einen Weg finden, sich gesund zu zeigen, was du auch sehr lange verschlossen hast. Heute kommt aber so die Abrundung, ja. Also du hast gar keine Lust mehr irgendwie irgendwas zu verstecken vor dem Außen, sondern wirklich mal authentisch du selbst zu sein. Und das zeigt natürlich ganz klar, du bist jetzt auf dem richtigen Weg und jetzt ist auch die genaue, richtige Zeit für, ja, Treffen oder eben auch Aufeinandertreffen von Menschen, mit denen du noch etwas zu klären hast, weil hier die Harmonie jetzt entstehen kann. Sehr schön. Da haben wir das Schwein. Bewahre die Selbstachtung und Selbstwertgefühl. Die Selbstachtung und dein Selbstwertgefühl können hier natürlich jetzt wieder gesteigert werden. Ganz klar, du selbst gibst dir mehr Wertschätzung, daher auch mehr Selbstachtung, mehr Selbstwertgefühl. Das allerwichtige ist aber auch, du verstehst nun, dass dein Wissen, deine Weisheit, deinen gelernten Lebensweg, dass das alles einen Grund hatte, dass alles so kam, wie es kam. Und es wird für dich nicht mehr so ein vergangenheitslastiges Leben sein, sondern hier kommt eine große Veränderung, dass du sehr viel nach vorne blicken lernst. Dieses nach vorne blicken bedeutet aber auch, dein Hier und Jetzt immer wieder im Auge zu haben, dass du Momente im Hier und Jetzt nicht einfach so übersiehst, sondern dass du für dich das Beste im Hier und Jetzt organisierst und auch aktivierst und dann zukunftsorientiert richtig gute Entscheidungen treffen kannst. Vielleicht wolltest du die ganze Zeit schon eine Reise planen, hast es nicht gemacht, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Vielleicht wolltest du schon längst mit mir ein Coaching machen, aber jetzt wäre die richtige Zeit dafür. Denn heute öffnet sich so dein inneres Wissen auch für deine Selbstachtung. Das heißt, du kannst mehr deine Ziele verfolgen. Daher auch gerade eben, was ich schon gesagt hatte, du beginnst, den Erfolg bei dir zu suchen. Und das ist sehr, sehr wichtig, zeigt sehr viel Tatkraft und auch sehr viel Durchsetzungsvermögen für deine Pläne. Da haben wir auch die Selbstermächtigung. Ich öffne mich dem Göttlichen in mir. Und das Göttliche in dir darf natürlich auch gelebt werden. Hast du ja lang genug jetzt zurückgehalten, aber die Veränderung heute, oder besser gesagt die Vollendung des Mangels, also jetzt raus aus dem Mangel heißt das irgendwie heute, zeigt dir auf, dass alles, was du emotional hast schleichen lassen, dass das heute nochmal hochkommt. Geht aber in positive Emotionen über. All das, was du hast schleifen lassen in Form von Tatkräftigkeit, vielleicht wolltest du dir schon länger mal einen Kühlschrank bestellen oder nach einem neuen Auto schauen, egal was, wirst du heute wieder direkt vor Augen bekommen. Auch ein Angebot, was dir vielleicht richtig helfen könnte, wirst du heute einfach, weil die Energie möchte, dass du den Fortschritt machst durch die Selbstermächtigung, wird alles dir vor die Füße gelegt. Und das Göttliche in dir ist ja, diese Impulse wahrzunehmen und auch anzunehmen. Ganz wichtig für dich auch einzustehen und den Erfolg darin für dich zu sehen. Okay? Ganz wichtig für dich noch zu wissen, gerade in der Selbstermächtigung, dass dein Inneres heute sehr durchwachsen sein wird. Du wirst immer wieder so ein Mangelgefühl haben, aber das ist normal, denn Wiederholungsthemen wollen triggern und solange es noch ein bisschen leicht triggert, weißt du, es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Fühl dich trotzdem frei, auch wenn ab und zu der Zweifel oder der Mangel greift. Bleib bei dir selbst. Du hast nämlich die Kraft, deine Veränderungen zu bringen mit deinen Entscheidungen, die du triffst. Ja, wir haben die Giraffe mit dabei. Sehr, sehr schöne Karte. Strebe nach höherem Erkenntnis und Weisheit. Erzengel Chofiel oder Chofiel, ganz egal. Sondern es geht hier direkt darum zu lernen, ja, okay, jetzt habe ich ein Thema beendet. Das heißt, ich kann ein neues Thema beginnen, weil ich im Bewusstsein ja weiter wachsen möchte. Ganz wichtig für dich oder spürbar wichtig für dich, sagen wir es mal so, ist die Erkenntnis zu bekommen, eben, dass deine Selbstermächtigung dich führt, dass die Weisheit dich führt und du dadurch mehr Weisheit generieren kannst. Die Selbstachtung zeigt dir auch deine Selbstermächtigung und zeigt somit, dass du Dinge auch beenden kannst, auch wenn du sie gerade angefangen hast. Vielleicht ist irgendetwas da, wo du gesagt hast, ach, impulsartig habe ich da ja gesagt, jetzt ist eher mein Nein da. Dann überleg, warum ist das Nein da? Ist es dieser Zweifel, der greift oder ist es der Erfolg, den du dadurch verdeckst? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will endlich mit meinem Business rauskommen und du buchst irgendwo irgendeine Fortbildung, dass du nochmal einen neuen Kurs dazulernst, dann stehst du dir im Weg. Tust du aber etwas, was für dich in die Tatkraft geht, dann ist es genau richtig, jetzt zu starten. Denn dazulernen oder nochmal neue Module, Energiearbeiten, was auch immer, kennenzulernen, das kannst du auch in sechs Monaten noch. Aber in sechs Monaten wieder neu anzufangen und ein Business aufzubauen zum Beispiel, das wäre natürlich, ja, ein zögerlicher Prozess. Kommen wir zur kindlichen Unbeschwertheit, was wundervoll ist, weil das dir richtig guttun wird. Ich entdecke die Unbeschwertheit meines inneren Kindes wieder. Ja, das innere Kindthema ging ja gestern sehr gut von der Seele. Heute hast du schon die Resonanz dafür, dass du daher mehr Stärke, mehr Energie bei dir haben wirst und dadurch auch natürlich ganz klar besser für dich entscheiden kannst. Also die Emotionen im inneren Kind, es wird gesehen, es fühlt sich wertgeschätzt. Wir haben hier auch die Wertschätzung überall wieder liegen. Und ein Kind möchte auch dazulernen. Ja, also es ist auch so, dass dein inneres Kind ja immer nach Weisheit strebt. Jetzt heißt es aber, welche Weisheit möchtest du denn leben? Und da musst du heute ins Gefühl gehen. Da bist du in einem Gefühlsrondell und das kannst nur du für dich entscheiden. Denn für mich sieht es aus, als würdest du hier noch was Partnerschaftliches klären wollen und auch etwas Finanzielles Partnerschaftliches. Da musst du aber für dich selbst ins Reine kommen. Und wir haben noch den Schmetterling. Sei bereit für eine weise Verwandlung, Herzengel Primenilek. Ja, die Verwandlung wird natürlich sein, dass du wie aus dem Kokon geschlüpft jetzt dich entfalten kannst. Denn Verwandlung ist positiv bei dir. Und die Positivität haben wir ganz groß geschrieben. Vor allem ist es die Selbstermächtigung, die dich dazu entscheiden lässt, jetzt für dich einzustehen und für dich das Beste zu wollen. Daher wird dein Resonanzfeld heute mit so viel positiver Energie gefüllt, dass du auch genau das vom Universum zurückbekommst. Die besten und schönsten Impulse für Angebote, um deinen Lebensweg weiterhin besser zu gestalten. Und natürlich auch Liebe, die heute in dein Leben kehren wird.